es ist auch zum drölften Mal der Friedhof. Hier habe ich schon mal gestanden. Ey. Nicht so frech hier. Wo war die Kamera? Ich wollte gerade zeigen. Irgendwo war eine Kamera. Die ich von da ganz gut checken konnte. Was? Ich muss mal nicht von dem hier oben das Handy hacken. Nein, ich habe noch nicht gesagt, ich will nicht. Du nicht. Du auch nicht. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Könnte sein, dass ich da irgendwann mal geparkt habe heute. Super gut. Ja, ich würde sagen, machen wir die Fixer auch gleich hier fix. Und dann mal gucken. Das ist jetzt aber nicht so weit. Ich meine, die Miliz haben wir ja auch schon fertig gemacht. Also nicht in dem Sinne fertig, sondern in dem Sinne fertig, dass wir alle Missionen kompliziert haben. Boah, bestimmt der andere. Ich nicht. Hätte ich nicht gedacht, dass wir heute alle Nebenmissionen machen, um alt zu sein. Aber jetzt aufhören wäre auch Quatsch. Weil jetzt ist es ja wirklich nicht mehr viel. Ach ja, und das Gebiet kenne ich ja auch schon. Du weißt Bescheid. Ja, aber ich weiß Bescheid. Ja, weiß ich. Let's go. Ich glaube, hier in dem Gebiet waren wir noch nicht so oft. Waren wir hier überhaupt schon mal? Vielleicht waren wir in diesem Gebiet auch noch nicht. Und die Einfahrt sah nur gleich aus. Oh, das finde ich aber gut, wenn du das anguckst. Oh, mein Kerl. Keine Zeit verlieren. Sucht! Tja. ... ... Tja. ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Zepp und Deen weg. Zepp und Deen weg. Zepp und Deen weg. Ich möchte, dass ihr anfangt zu suchen, Leute. Der muss doch da jetzt mal auffallen, oder? Ich möchte, dass ihr anfangt. 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 Nein, nein, meine, ich möchte, dass ihr anfangt. ... Was ist hier denn noch jemand? Das ist auch so ein traurigster... Aber naja, gut, fixer, fertig. Ja, ich... Verstehe nicht, warum man die weitermachen sollte, die Aufträge. Um ehrlich zu sein. Wir machen jetzt erst noch die... Den Soft Club ready. Ach, da ist ja wieder dieses Nebwinkl-Versteck ohne... Ohne Auto. Ja, und dann... War ich nicht letztes Mal irgendwo eins? Ach, hier sein zu gehen. Entschuldigung. Nach Pony rein sind wir, glaube ich, bis jetzt noch gar nicht gefahren, ne? Also, oder? Waren wir da schon mal? Weil... Das ist doch jetzt schon wieder nach... Entweder das ist der Campingplatz, wo man was in Luft... Das ist... Oder ist es wieder hier unten? Ne, hier unten ist es nicht. Ist es der Campingplatz? Okay, ja. Ja, auf den machen wir ja auch schon dreimal. Da kennen wir also inzwischen auch aus. Und jetzt... Das war's für heute.